Frau Piefke, haben Sie meine Tabletten gesehen? Nee, wieso? Hab ich die schon? Oder hab ich die? Dann hab ich die auch. Warum geht's? Ich, ach, ich bin seine Schwägerin. Also noch nicht, also die Verlobte seines Bruders. Ja, Olli Kottke. Hallo, ich bin der Dienstgruppenleiter von Oskar. Kommen Sie ruhig durch. Sie wissen davon? Nee, er hat uns ver... Wie geht's? Das war's für heute.